So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück in Richtung YouTube zu Doom Eternal. Hier oben rechts laufen ganze Haufen neue Gegenstände gerade durch. Ähm, was total toll ist. Ähm. So, warte mal, jetzt muss ich kurz gucken, ich muss überlegen. Äh, das hab ich gemacht das letzte Mal, das heißt wir müssen hier lang. So, ähm. Ähm, und dann irgendwie darunter und dann gibt's hier irgendwie, äh, wieder neues Kampfgebiet. So, ähm, dahinter ist... Okay. Hä? Ah, so geht das, okay. Aber ist natürlich mal wieder eh voll. Hä? Bin jetzt doof, muss ich nicht hin? Ich muss doch da hoch. Oder? Ja, ich muss da drüben hoch. Ah, okay, das lief bloß gar nicht so gut. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich Munition voll habe, schau mal. Ja, Munition ist voll. Okay, ich wollte nur sicher gehen. Ähm. Ähm. Ah, schön. Das hat aufgehört mit dem, äh, ich muss 20.000 Sachen durch. So, hier hoch. Und da ist ne Seite. Sehr schön. Icon of Sin. Vega-Dateneintrag. In den uralten Prophezeiungen der Wächter steht geschrieben, dass die Titanen, turmhohe Dämonenälteste des Höllenzeitalters, aus ihrem unsterblichen Schlaf, äh, erwachen und zurückkehren würden. Es heißt, die Titanen wären die Vorboten der Endzeit, ursprüngliche Kräfte des Chaos und der Zerstörung. In einem unheiligen Plan der Hölle wurde das Icon of Sin geboren, aus der gequälten Seele des Sohnes des Verräters. Der fürchterliche Titan, geschmiedet aus der Essenz sterblichen Leids, besaß einst eine menschliche Seele. Eine Seele, die nun verwandelt und begraben ist, im immer noch schlagenden Herzen seines früheren Ichs. Der Verräter wollte seinen Sohn von der ewigen Qual in den Tiefen der Hölle befreien und schloss einen Pakt. Okay, so. Ha! Was ist das? Album gefunden! Quake 2! Descant of Cerberon! Haben wir das? Okay. Ähm. Habe ich gerade mich noch gesehen dahinter auf der Karte? Irgendwas war ich dahinter das Loch noch gesehen. So. So, ihr Lieben, ich bin wieder raus für heute, aber wir lesen uns sicher bald wieder. Habt einen schönen Abend, dir auch Gselfer. Bis dann. Ciao. Äh. Doh, ist ja Leben. Jetzt mal blöde Frage, ne? Ich bin jetzt da... Ach, hier ist das Leben. Schau mal eine an. So, das kann ich auch gleich wieder verschwenden dann. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Bin ich hier? Ich bin hier hochgesprungen. So. Oh, ich bin hier runter hochgesprungen. Aha, hier ist Munition. Okay, hier ist nix. Gut. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich nix übersehe. Und ich wollte nachladen. Das werde ich nie mehr lernen im Spiel. So, Präzisionsmeister. Hervorragend. So, das wird jetzt eh gleich einen Kampf ausarten hier. Okay, schade. Ich dachte, ich komme da drüben rüber. Ähm. Okay. Okay, ciao. Weg mit dir. Okay. Ich muss mir die passiven Dinge benutzen. Das geht, glaube ich, ganz gut. Also, es geht wirklich ganz gut, weil wir relativ schnell dann die Gegner auch platt machen können. Ähm. Das kann ich mal schlecht. So, haben wir das. Dann ist die Kampfzone hier erledigt. Ähm. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da... Ah, okay. Hier. Alles so. Dahinter ist so ein Kampfbereich. Ah, Moment. Hier. Checkity check, check. Pushen wir das mal dahinter. Und dann haben wir das. Geheimnis gefunden. Hervorragend. Benutzen. Benutzen. So. Geil, O-Mart. Herausforderung abgeschlossen. Ja, ist doch hervorragend. Haben wir das auch gemacht. Ich bin sehr begeistert. So. So. Wieso habe ich jetzt die Startup umgeschmissen? Ich weiß, ich muss darüber, aber... Ich glaube, dass ich hier hochkomme, ne? Ja, ich glaube, das ist, dass ich hier hochkomme. Ich glaube, dass ich hier hochkomme. Zack. So, jetzt muss ich kurz gucken. Wenn wir jetzt da rüber gehen, ist da oben noch ein Geheimnis. Oha, was? Nee. Das ist mein Fluch. Geht doch. Doom 2016. Rip and tear. Schön. So, haben wir das. Das Einzige ist das. Ach, das habe ich letztes Mal, glaube ich, schon gesehen. Das habe ich hier oben nicht geholt. Das habe ich, äh... Das habe ich übersehen. Weil ich nicht auf die Karte geguckt habe, da oben. Ähm... Crap. So, haben wir das. Einmal Hellspack. Was relativ nutzlos ist. Da oben ist noch ein Waffenpunkt irgendwo. Wie komme ich da denn hoch? Ah, ja, so. So, Meisterschaftsmarke. Höllentotum in der Nähe. Ja, geil. Ach, das ist cool. Der Himmel kämpft tatsächlich gegen die Dämonen auch. Äh... Ich muss nur das Totem finden, sonst wird das ein sehr unausüblichender Kampf. Da ist es. Ähm... Ich habe keine Möglichkeit. Nein, ich hatte BFG. Ähm... Ja, danke. Ähm... Das wird irgendwie doof jetzt. Also, irgendwie war das mega dämlich. Hallo? Hä? Irgendwie... Irgendwie komme ich gerade nicht klar. Äh, danke. Okay. So. Ciao. Irgendwie war ich gerade komplett überfordert. Ich weiß auch nicht, warum. Was kommt jetzt? Och nein, die schon wieder so ein Vieh. Ich hasse es. Wie die Pest. Echt. So. Äh... Ja, danke fürs Gespräch. Geschossenanflug. Das ist toll. Wirklich. Und ich kann nicht. Ah, verdammt. Er hat eben geschossen. Ja, verdammt. Ach, ich hasse es. Ha. Ich hasse es, dass diese Waffe nachladen muss. Danke. Ja, schön. Okay, ciao. Und jetzt. Ciao. Weg mit dir. Oh, ein bisschen Gesundheit. Tschüss. Na, das nicht gut ist. So. Ist der Riesenböppel schon da? Ja, ne? Ja, da ist er. Ah, weg mit dir. Ähm. Ich hab grad die Wirbelsäule rausgerissen. Geil. Ähm. Ich wollte einen Glory Kill machen. Aber gut. Warum auch nicht? So. Ähm. Wo ist er denn? Ach, komm. Ach, hier sind zwei? Ja, ist ja geil. Ach, ich hasse es. Ach, nee. Ist noch eins voll. So. Haben wir das. Au. Und tschüss. Weg mit dir. So, haben wir dich. Hervorragend. Haben wir die alle tot. Glaube ich. So. Okay, hier oben ist noch irgendwo eine Notiz. Ich glaub, da oben ist das. Die Frage ist, wie komm ich da hoch? Ach so. Okay. So. CanMaker. Vega-Dateneintrag. Alle 10.000 Jahre bringt das kollektive Maker-Bewusstsein, auch bekannt als Singularität, einen CanMaker hervor. Ein höchstes Wesen, dem es bestimmt ist, Urdach anzuführen, bis der nächste CanMaker geboren wird. Die Singularität enthält die bewussten Seelendaten aller lebenden und toten Makers und verarbeitet und präzisiert diese Daten zum Zweck selektiver Evolution. Als hier reichte bewusst-neutralen Matrix, mit der jeder Maker verbunden ist, ist es einem Maker unmöglich, den kollektiven Befehl des geteilten Bewusstseins zu verweigern und einem Can ungehorsam zu sein. Das System funktionierte seit der Erschaffung von Urdach fehlerfrei. Bis jetzt. Da der Vater verschwunden ist, können die Makers keine Nachfolger des Can-Geschlechts erschaffen, wodurch die amtierende Can den Thron auf alle Ewigkeit inne hat. Okay. So. Was muss ich jetzt machen? So, bevor ich jetzt da weiterspringe wie so ein kleiner Affe. Ähm... Das war knapp. Oh, Glückwunsch. Ciao. Ich muss hier gleich weg. Ciao. Ach, das ist lustig. Man muss nur einmal durchlaufen und dann ist man schon irgendwie... Auf irgendeiner Weise ist man dann, äh... Hat man den Mechanismus so umgebaut, dass das passt. Sehr schön. So. Äh... So, haben wir durch. Komm her. Chuck. Ach, das war's schon. Das war bloß ein kleines Kampfgebiet. Okay, jetzt muss ich kurz gucken. Hier ist irgendwo ein Geheimnis nämlich noch. Äh... Okay, das ist da unten. Okay, angeblich gibt es nicht mehr so viele Kampfgebiete hier. Ein Kampfgebiet haben wir da hinten noch. Ne, zwei. Oh Gott, das sind doch noch mehr. Eins, zwei, drei Kampfgebiete noch und dann irgendein Bossfight. Ja, Glückwunsch. Äh... So, hier ist sonst nix. Hier geht's auch nirgendwo weiter. Schon wieder neu nachgeladen. Ich flippe aus. So. So. Es gibt ein Tor auf Erdbeck, das zur Erde zurückführt. Aber zur Aktivierung müssen wir die Telepop-Ränge neu konfigurieren. Und zwar schnell. Das Arken of Sin wird immer mächtiger, je länger es auf der Erde ist. Okay. Es sieht mega cool aus, aber das muss man echt sagen. Und die Musik im Hintergrund ist mega cool. Dieses wie so Engelsgesang, ist super. So, warte mal. Hier unten ist irgendwas. Wie komme ich da runter? Hm. Vor allem, wo ist das? Das ist direkt hier. Oder? Nee. Hä? Hier? Sieht aus wie ein Vorsprung. Ah. Cool. Kann ein Maker erhalten. Eine Puppe. Hervorragend. Geil. Haben wir das. So. Wo muss ich jetzt lang? Ich muss bis drüber springen, glaube ich. Hüah! Ah, ja. Das war Glück. Das war Glück. So. Äh. Ich habe keine. Und schau, weg mit dir. So. Und dich. Brutzeln wir eben so weg. Okay. Ich glaube, das lustige ist, wenn man die Waffen richtig verwendet, hätte ich mir deutlich weniger Stress gehabt in den ganzen Spielen, die ganze Zeit. Ich glaube, das ist gar nicht... Es gibt immer einen Trick. Ja. Vor allem, wenn man dann... Hier. Ich hasse diese Marauder-Viecher. Echt. Das gibt mir so oft die Eier. Ich kann es keinem erzählen. Echt. Die Marauder gehen mir so auf den Sack. Das ist furchtbar hoch 10. Äh. So. Habe ich die Puppe? Ja, die Puppe habe ich. Ah, die Marauder gehen mir echt mega auf die Eier. Ciao. So. So, das coole ist nämlich echt, wenn die Waffe dann voll aufgeladen ist und das Ganze gemacht hat, dann killst du nämlich die Dämonen sofort. So, welche war das? Ich brauche die andere Schufe. Okay. 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 Das haben wir. Das haben wir. Sehr gut. Ich hasse die Marauder wirklich. Jetzt ist nur die Frage, wo muss ich jetzt hin? Ich will die Notiz haben. Da ist der... Dingens. Da müssen wir hin. Da hinten ist nur ein Waffenpunkt. Wie komme ich denn da hin? Wahrscheinlich von außen rum, ne? Ach nee, ich muss jetzt hier irgendwie... Ah, von hier. Okay. Da muss ich hoch. Da ist er. Ach ja, zum Glück habe ich das mit den Punkten. Sonst wäre das echt ätzend, wenn ich das nicht hätte. So. Dann... Schauen wir mal das hier. Klack. Ich... Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Setze Vega ein, um das Portal zu aktivieren. Okay. System erhalten. Setze nun Kurs Richtung irdischer Dimension. Ich ver-steh-längst. Bin ich... Ihr Vaterabend. Schnell! Richte die anderen Teleporterringe aus, bevor es zu spät ist. Das Tor muss wieder aktiviert werden. Je länger das Icon auf der Erde ist, desto stärker wird es. Konfiguriert das Portal zur Erde neu. Speicherpunkt erreicht. Okay, wir haben echt nur einen ganzen Haufen vor uns. Ach, der Vega ist der Vater. Ich dachte, der... Ich dachte, der Dr. Hayden vielleicht. Äh, wo ist jetzt lang? Ach so. Ähm. Ciao. Weg mit dir. Ähm. So. Okay, der Vega ist der Vater. Dann möchte ich aber wissen, wer der... Wer der Hayden ist. Ich glaube, ich muss da hier drauf, ne? Äh. Oder auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Ach, cool. Den kann ich auch fangen. Oh, crap. Wow, was? Lass mich halt raus. Ja, danke fürs Gespräch. Äh. So. Munition krieg ich von denen hier. So. Ordentlich flicken. Wo ist er? Da ist er. Die. 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 Ach so, das ist zugesperrt hier. Ups. So. Uh. BFG Munition. Geil, oh Mann. Ähm. So. 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 Und schau. Das war Glück. Ähm. Toll. Äh. Ich check gar nichts mehr gerade. Toll. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ähm. Ja, danke fürs Gespräch. Ich hab leider keine Munition mehr. Ich hasse es. Ah. Speicherpunkt laden. So. Achso, dann ist ja die Tür. Da komm ich ja gar nicht durch. Vergesse ich die ganze Zeit. Ja, indem ich hier platt machen. Äh, danke. Woll ich gar nicht. So. Ciao. Hopp. So. So. Okay. Sehr schön So, haben wir das Das reicht für den, glaube ich, auch noch Ich hätte die passiven Fähigkeiten Viel früher nutzen sollen Das macht das Ganze etwas einfacher Aber Hauptsache Ich kann mich immer aufregen über das Spiel, wie unfair alles ist Jetzt, wo das Spiel zu Ende ist Jetzt habe ich langsam das Spiel im Griff Finde ich gut So Okay, es gibt jetzt hier ein Portal Wo komme ich da jetzt hin? Ähm Okay Ja, klar Ja, klar Okay Macht Sinn Was? Das ist es